Das bin ich und das ist der Coronavirus. Auch wenn man ihn mit den Augen nicht sehen kann, kann er uns krank machen. Wir können starken Husten und hohes Fieber bekommen. Wir Jungen sind weniger betroffen, aber ältere Menschen schon. Aber wir Kinder können jetzt helfen, unsere Omas und Opas zu schützen. Darum bleiben meine Freunde und ich jetzt zu Hause, damit sich Corona dicht ausbreiten kann und wir gesund bleiben. Auch meine Mama ist zu Hause. Es hat sie viel Zeit, mit mir zu lernen und mit mir zu spielen. Danach habe ich Zeit, meiner Mama bei der Arbeit zu Hause zu helfen. Und auch wenn ich meine Freunde, Oma und Opa jetzt nicht sehen kann, ich kann mit ihnen telefonieren, schreiben oder skypen. Ich male Bilder für sie und schicke ihnen Fotos. Und so bleiben wir alle gesund. Ich will nicht krank werden und auch auf alle anderen Menschen aufpassen. Darum wasche ich mir jetzt oft meine Hände. Mit warmem Wasser und ganz viel Seife. Damit der blöde Coronavirus, der auf meinen Händen sitzt, untergeht. Wir bleiben zu Hause. Noch für ganz wichtige Dinge gehen wir raus. Zum Beispiel, wenn wir notwendige Sachen einkaufen müssen. Dann halte ich mindestens zwei Meter Abstand zu anderen Menschen. Ich grüße sie aber trotzdem freundlich. Auch wenn ich jetzt niemandem die Hand gebe. So kann Corona nicht auf meine Hände rüberspringen. Und über meine Augen, über meine Nase oder über meinen Mund in meinen Körper krabbeln. Ich nähe so oder huste auch nicht mehr in meine Hand, sondern in meinem Pulli in die Armböcke. So bleiben meine Hände sauber und Corona hat keine Chance, sich zu verbreiten. Auch wenn das alles gerade neu und ein bisschen komisch ist. Wenn wir uns alle an die Regeln halten und gegenseitig aufeinander aufpassen, dann können wir den Coronavirus gemeinsam besiegen. Dann können wir uns alle wieder treffen. Wir können unsere Ausflüge machen, Oma und Opa besuchen, in den Kindergarten und zur Schule gehen und mit unseren Freunden wieder draußen spielen. Darauf freue ich mich und genau deshalb helfe ich jetzt mit. Wir sind Team Wels. Gemeinsam schaffen wir das. Bleib zu Hause.